... und die lokalen Gemeinde, die helfen, dass alle auf Sicherheit erhoben wurden. Dieses Haus steht mit den Menschen der Norden-Irelande in dem Verhalten, dass wir nie zurückgehen, die Verwaltung und Terror des Vergangenheit. Herr Präsident, die nach dem letzten Wochenende Votation gehen, ist es klar, dass die Regierung Angst, Schrecken und Gewalt erhielt. Es haben sich viele Dinge geändert. Es gibt jetzt Vertrauen in das Parlament dieser Regierung. Ich habe inzwischen vielen Angehörigen der unterschiedlichen Parteien des Parlaments zugehört, der schottischen Nationalisten, der Grünen Partei, anderer Parteien, Hinterbänkler aus den verschiedenen Kammern. Ich habe verschiedene der hochverehrten Kollegen Abgeordneten angehört, ebenso wie meine engen Mitarbeiter. Ich bin sehr froh, dass bei all diesen Gesprächen, bei allen Treffen eine Übereinstimmung in den Ansätzen zu finden war. Es tut mir leid. Ich bedauere es, dass der Herr Oppositionsführer es nicht für nötig befunden hat, an einem Gespräch teilzunehmen. Ich hoffe, er wird sich das noch einmal überlegen, da es sich hier wirklich um ein sehr, sehr wichtiges Thema handelt. Wir sollten alle gemeinsam schauen, wie wir hier nach vorne kommen. Wir werden im Laufe der Woche weitere Treffen haben. Ich möchte jetzt noch einmal die zentralen Themen umreißen, um die es hier geht, damit wir Fortschritte machen können. Zunächst einmal die größte Sorge, wenn wir einen ungeordneten Austritt haben aus der Europäischen Union. Es ist von vielen gewünscht, dass wir das ausschließen, aber wir müssen mit dem Volk ehrlich darüber sprechen, was das bedeutet. Wenn wir diesen No-Deal ausschließen, dann müssen wir zunächst einmal zeigen, dass es einen Deal, eine Verabredung mit der EU gibt. Und das versucht ja genau diese Regierung zu erreichen. Wir können nicht einfach so garantieren, dass es keinen ungeregelten Austritt gibt, es sei denn, wir sind bereit, im Zweifelsfall in der EU zu verbleiben. Man könnte natürlich den Artikel 50 verlängern, das heißt, uns noch mehr Zeit geben und nehmen. Das heißt nicht, dass wir den ungeregelten Brexit ausschließen, sondern dass wir uns durch eine Verlängerung des Artikels 50 noch mehr Zeit nehmen, um die Vereinbarung zu verbessern. Das heißt, wenn wir den ungeregelten Brexit ausschließen, dann heißt das im Grunde, wenn das Parlament die Vereinbarung nicht verabschieden kann, müssen wir den Artikel 50 anrufen. Es gibt auch die Stimmen, die nach einem neuen Referendum rufen. Ich denke nicht, dass wir hier das unterstützen sollten. Es gibt auch in der Opposition, in den Hinterbänken viele Stimmen danach. Ein zweites Referendum meiner Meinung nach würde sehr, sehr viele Probleme auch für das britische Volk mit sich bringen. Unsere Aufgabe als Regierung ist es, diese Ergebnisse, die sich aus dem ersten Referendum gezeigt haben, umzusetzen. Sonst würden wir doch die falsche Botschaft senden, was das betrifft, wie wir in diesem Land mit Volksabstimmungen und Volksentscheiden umgehen. Wir wollen doch unser Vereinigtes Königreich nicht auseinanderschlagen. Und wenn wir den Artikel 50 ausweiten, würden wir wahrscheinlich im Mai noch mal mit dem Europäischen Parlament zusammentreffen. Und die Frage ist auch, was diese Zusammenarbeit dann für den Zusammenhalt hier bei uns im Land bedeutet. Mr. Speaker, wir wissen nicht, was der hochverehrte Führer der Opposition sich dazu denkt, denn er hat sich ja nicht die Mühe gemacht, an den Gesprächen teilzunehmen. Aber wir wissen, dass sehr viele hier im Haus davon ausgehen, dass es keine Mehrheit gibt für ein zweites Referendum. Wenn ich da richtig liege, dann muss die Regierung noch mal über die Ansätze nachdenken. Diejenigen, die glauben, dass das die richtige Antwort ist, müssen auch neu überlegen. Es geht ja vor allen Dingen um die Substanz, um die Inhalte der Vereinbarung. Wo können wir denn hier nicht mehr vorwärtskommen? Es gibt immer wieder die Besorgnis bezüglich der nordirischen Garantie-Klausel, des sogenannten Backstops. Wir müssen die Vereinbarung von Belfast zu 100 Prozent respektieren. Und da geht es natürlich nicht nur um die inländische Grenze zwischen Nordirland und Nordirland, sondern auch um das Seerecht. Und diese Regierung wird das Belfaster-Abkommen nicht antasten. Ich habe das noch nie in Betracht gezogen und werde dies auch nie tun. Was den Backstop betrifft, haben wir uns schon geeinigt, dass es hier zwei Hauptprobleme gibt. Einmal die Angst, dass wir unaufhörlich in einem Schwebezustand sind. Wenn Nordirland anders behandelt wird als der Rest des Vereinigten Königreichs, dann haben wir eine ewige Sonderlösung. Ich habe mit dem irischen Volk und dem nordirischen Volk gesprochen. Es werden bestimmte Entscheidungen nicht von Ihnen mitgetragen werden können. Andere, die hier auch zu den Abgeordneten im Unterhaus zählen, haben bereits ihrer Unterstützung zugesichert, dass wir hier noch einmal daran arbeiten, eine gemeinsame Verhandlungsgrundlage für ein zukünftiges Mandat auszuarbeiten. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel bei bestimmten Themen ins Detail zu gehen, eine Verhandlungstruppe loszuschicken, die sich mit solchen Themen wie zum Beispiel Sicherheit, Finanzdienstleistungen, Austausch von Daten und Informationen und Ähnlichem beschäftigt. Was die Brexit-Verhandlungen angeht, haben wir auch außerhalb der Regierung. viel Fachwissen an Bord geholt. Und das heißt natürlich auch, dass sich andere an den Gesprächen dann beteiligen. Es ist natürlich die Regierungsverantwortung, die Verhandlungen zu führen. Aber es ist auch meine und unsere Verantwortung, dort, wo es nötig ist, sich Rat von außen zu holen, um die zukünftige Vereinbarung mit der EU zu gestalten. Wir werden dieses Mandat entsprechend ernst nehmen und honorieren. Wir honorieren auch den Input, den wir von den verschiedenen Ausschüssen bekommen für die Verhandlungen über Themen der Sicherheit und des Handels. Die Verhandlungen lassen uns weiterhin Vertrauen haben in die Möglichkeit, auch unter großem Zeitdruck jetzt noch zu einer ratifizierungsfähigen Lösung zu kommen. Sie ist ja bereits ausgearbeitet und verhandelt worden. Aber es gibt Mechanismen, die hier nicht greifen können, weil in bestimmten Fällen die Verhandlungsposition unseres Staates geschwächt würde, sodass wir durch bestimmte Vorgehensweisen auf jeden Fall sicherstellen müssen, dass wir immer an der Front dieses Prozesses sind, dass wir nicht hinterherhinken und dass wir den Zeitplan einhalten, der in der Vereinbarung mit der EU vorgesehen ist. Unsere Regierung wird für das gesamte Vereinigte Königreich verhandeln und gleichzeitig ihre Verpflichtung in dieser Amtsperiode wahrnehmen. Dazu gehören diese Verhandlungsgespräche. Ich hoffe, dass ich mit allen führenden Politikern in dieser Woche noch sprechen kann, um für die noch offenen Fragen, insbesondere die nordirische Frage, hier zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Natürlich sind auch Fragen der Handelsunion und auch der Zivilgesellschaft hier noch zu besprechen. Ich habe vom gesamten Parlament den Eindruck bekommen, dass der Brexit nicht darauf reduziert werden darf, unsere Situation zu isolieren. Wir wollen natürlich weiterhin die Fortschritte, die wir bereits erzielt haben, auch im Hinblick zum Beispiel auf den Schutz der Arbeitnehmerrechte. All das soll weiterhin aufrechterhalten werden. Und das ist in den Gesprächen auch so herausgekommen, dass alle Veränderungen, die es von den Seiten der EU in Zukunft gibt, natürlich von uns nicht fraglos mitgetragen werden. Wir haben außerdem an der Ausarbeitung von verschiedenen Vorschlägen gearbeitet, wo auch gesetzgeberische Maßnahmen dann inbegriffen sind, wenn dies für nötig gehalten wird. Außerdem geht es natürlich um den Status der verschiedenen EU-Bürgerinnen und Bürger im Vereinigten Königreich und britischen Bürgerinnen und Bürger in EU-Ländern. Sondern diese sollen bleiben können dort, wo sie derzeit leben und ihre Rechte wahrnehmen können in demselben Ausmaß wie bisher, und zwar egal in welchem Szenario. Dieses Szenario wird natürlich auch nochmal einem Praxistest unterworfen werden. Wir werden dann in den ersten Monaten sehen, wie das tatsächlich in der Praxis läuft. Es handelt sich hier um schätzungsweise über drei Millionen Menschen, die davon betroffen sind. Wir werden versuchen, die finanzielle Situation im Griff zu behalten, sodass es nicht durch Gebühren oder ähnliche zusätzliche Kosten einen Hindernis gibt, sich in dem Land aufzuhalten, in dem man sich aufhalten möchte. Es wird eine Pilotphase geben für dieses Projekt und im Zweifelsfall dann auch eine Rückerstattung von Gebühren, sofern diese nicht zulässig waren. Die EU-Länder haben bereits, egal in welchem Fall, zugesichert, dass der Aufenthaltsstatus nicht angetastet wird. Ich möchte außerdem noch hinzufügen, dass wir eine Ministerialerklärung haben nach Artikeln, nach Paragraf 16, Absatz 4 und 5, und auch die Bestimmungen anderer Paragrafen hier eingehalten wurden. Und gemäß dieser Beratungen und gemäß dieser Bestimmungen am 29. Januar abgestimmt wird. Es geht nicht hier und heute um die Ratifizierung der Vereinbarung mit der EU, sondern um das Voranbringen des Prozesses, der immer noch nicht abgeschlossen ist. In den nächsten Tagen wird das Kabinett mit mir zusammen sich bemühen, mit allen, auch mit den Gewerkschaften, auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft, so viel Kompromisse, so viel Konsens wie möglich zu erreichen. Und wir hoffen, dass es nicht dazu kommt. Ich glaube auch nicht daran, dass es eine Mehrheit geben wird hier in dieser Kammer für ein zweites Referendum. Ich möchte eine Vereinbarung mit der EU finden. Ich glaube, wir können ohne Anrufung des Artikels 50 auch gar keine Lösung finden, wenn wir jetzt nicht diese Vereinbarung irgendwie konsensfähig machen. Es gibt natürlich einige notwendige Änderungen, mehr Flexibilität, mehr Öffnung für die Zukunft, was zum Beispiel parlamentarische Verhandlungen angeht, was unsere Partnerschaft mit der EU angeht. Dann natürlich den Schutz der Arbeitnehmerrechnung, auch Schutz der Umwelt. Und dann die Frage der nordirischen Grenze und wie diese Grenze bestehen kann, ohne dass es wieder harte Grenzkontrollen gibt. Wir haben ein Mandat vom britischen Volk, die EU zu verlassen. Und wir fühlen dieses Mandat als eine Verantwortung gegenüber dem gesamten Land. Auf Wiedersehen! Vielen Dank.